Nein, wir werden nie wieder Story irgendwie durchkommen, weil wir ständig irgendwelche anderen Sachen haben. Da hinten steht die Welch. Oh oh. Auch mitm Ashton? Hm, das sieht interessant. Du denkst? Haha, ich wusste, dass du einen Augenblick für Qualität hattest. Das ist eine Top-of-the-Line-Musik-Box. Eine, die du nicht irgendwo anders findest. Hm. Etwas von dieser Klasse würde dir normalerweise 2.000 Voll. Aber ich habe heute ein spezielles Geld für dich. Nur 100 Voll. Wie geht's? Wow, was ein Bargain. Ja, was ein Bargain. Ja. 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 Ja, nein, nein. Ich bin gleich als der Meldung. Haha. Na, was wird es sein? Du achst oder nicht? Du kannst nicht mehr eine Chance auf dieses Geld. Ich nehme es. Superb, superb mein Mann. Und seitdem du so schönes Mädchen auf deinem Seite hast, ich werde dir einen besseren Geld geben. 98 Voll. Nur für dich. Oh, Mann. Vielen Dank, Herr. Okay, hier ist deine Musikbox. Und hier ist deine Veränderung. 20.000 Voll. Das? Hä? Hä? 20.000 Voll? 20.000 Voll? Shouldn't that be too full? Oh, aber er hat dir nur 2.000 Voll, nicht wahr? Ach soo. Alter, den hab ich auch nicht gecheckt. Du sagst, du wärst uns 20.000 Voll, nicht wahr? Das ist nur ein kleiner Trademark von mir, Miss. Was? Also, was? Du warst mit uns lieb? Du solltest nicht mit deinen Kunden lieb. Right, Ashton? Du schaffst das, Ashton? Uh... Du schaffst das, Ashton. Häng in da, Ashton! Ha, 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 ha. Denk mal an, Priestess. Ich habe etwas gekauft, das kostet 98 Voll, und ich habe dem Mann 100 Voll für ihn. Das bedeutet, ich bekomme 2 Voll in Veränderung, nicht wahr? Aber der Mann sagte das nicht. Er sagte 20.000 Voll. Er ist ein großer Lieber. Das ist nur das, was ich sage, Miss. Das ist nur ein bisschen schaffst. Du schaffst, Herr. Ich hörte du 20.000 Voll. Du schaffst. Du schaffst. Alles klar, alles klar. Ich habe definitiv gesagt, du hast mich da. Hier. Hier sind die resten 19.998 Voll. Das macht 20.000 Voll, ja? Was? Aber ich kann das nicht nehmen. Nein, nein. Es ist gut. Besonders, ich bin hier derjenige. Wie funktioniert das für dich, kleine Frau? Ja. Ich werde nie wieder mit Priestess sprechen. Ich werde nicht mehr mitnehmen. Ich werde wieder mitnehmen. Ich werde nicht mehr mitnehmen. Ich werde nicht mehr mitnehmen. Alter, was ist mit dem Spiel los, ey? Die Welche zieht den einen Typen mit 50.000 Fohl ab, die Praxis, Alter, zieht den anderen ab. Nochmal? Hm, ich weiß nicht, ich mag es nicht so sehr. Habt ihr meistens, Profume zu verwenden? Oh, ich habe es nie in meinem Leben benutzt. Das Schmuck schmeckt weird. Das ist zu schlecht. Es wäre perfekt für eine Mädchen, so süß wie du bist. Ist es in deinem Leben ein spezieller Mann in deinem Leben? Ja, es ist. Hä? Ich dachte, sie sind... ok. Wirklich? Das ist wunderschön! Ich habe tatsächlich gerade angefangen, ein Profume zu entwickeln, das macht der Mann von deinen Träumen fallen in Liebe mit dir. Was denkst du? Ich habe eine spezielle Sache in der Zeit. Es ist dein, für nur 1.200 Fohl. Nur 1.200 Fohl? Ein ziemlich rechtfertiger Preis, ich bin sicher, dass du es verstanden hast. Wie geht's, dass du es mal probierst? Hm. 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 Ich denke, ich werde passen. Oh, das ist das. Das ist kein Problem, dass du es nicht verdienst hast. Du wirst es verdienst, dass du es verdienst. Ja, aber wahrscheinlich nicht muss ich auf etwas wie das. Das ist nicht wie du es findest, dass du realen Liebe findet. Keine Angst, etwas probierst. Hi, ich habe gerade eine freie Sample vorhanden. Du kannst es ohne Risiko versuchen. Okay, aber ich werde es nur testen. Wenn du mich dann entschuldigst. So viele seltsame Leute. Hä? Warum müsste jetzt weglaufen? Hä? Muss man das jetzt verstehen? Vor allem, das war doch nur eine Probe, oder hat er die beklaut? Hä? Hexenfrohlein? So, schauen was sie hier anstellt. Symbologie ist das größte Ding in der Welt. Nichts anderes kommt irgendwo nahe. Schau, die Symbologie-Age ist vorbei, okay? Wir entkommen in eine große Ere der Maschinerie. Eine Age, in dem alle gleiche Zugang zu Kraft haben. Aber es gibt keine Grenze, was Symbologie tun kann. Ähm. Schade, dass ich ihnen nicht zeigen kann, was meine Super-Punch ist. Ich liebe Kinder. Mit Maschinen könnte das ebenfalls passieren. Ja, du hast recht. Ha, 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 ha. Du hast das recht. Nichts, aber nicht? Die ganze Karte ist voller PAs. Oh, fuck it, Alter. Zieh mal's durch, wir müssen's eh irgendwann machen. Die Kleine, endlich! Du bist aber nicht der Reguläratenbesitzer. Nein, mein Vater ist gerade nicht da, also kümmere ich mich für ihn um den Laden. Du, du! Aber warum bist du hier? Bist du den ganzen Weg nach Linke gekommen, um mich mitzunehmen? Ich hab dir schon mal Millionen mal gesagt, dass ich mit dir nichts zu machen werde. Hör nicht auf, dir was vorzumachen. Hör doch auf, du kannst dir das so oft einreden, wie du willst, aber mich kannst du nicht täuschen. Verstanden, und jetzt hau ab, sonst rufe ich die Stadtwache. Ähm. Das war's einfach. Wenn ich jetzt das abbreche. Huh. Schau, ich sag dir, das Wehrring muss da oben verbrennen. Was? Es wird zu viel Kraft auf dem circuit. Es wird das Stadler sofort ausbauen. Hör einfach zu weinen und versuch es. Es wird gut. Das schaut aus wie so'n... Wie so'n Meck aus für einen Fantasy VII. Du denkst so? Oh, hey! Gut zu sehen, dich wieder. Willkommen zurück. Ähm. Kann ich etwas überraschieren? Nein, nicht überhaupt. Ich dachte nur, um etwas Tee zu stoppen. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Klar, danke. Ja. 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 Das ist sehr gut für dich, Pop. Warum nicht einfach zum Tee normalen Verteidiger? Du musst nicht versuchen, mich zu beheren. Du musst nicht versuchen, mich zu beheren. Ich versuchze, ich versuchze, mich zu beheren und groovig. Du wissen, mit den Kindern. Ich versuchze, mich zu beheren. Nichts mehr, Pop. Nur dich. Okay, okay. Wir versuchen, den Tee zu beschenken. Ja, ich bin bereit für den Tee. Was wirst du tun? Ich denke, ich bleib mal ein bisschen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, wait, wait, wait. What are you yelling about now, Precies? I, uh, oh no, it's nothing. What a weirdo. Woah, what the heck? Precies? What is the meaning of this? Guess there's no hiding it anymore. That's Salvas famous hot pepper jam. Das war knapp. Manchmal frage ich mich, wo ist das her? Wie geil. Hey, der Robo ist auf dem Dach. Jetzt bin ich gespannt, ob von der Kleinen nochmal was kommt. Da oben ist die Selin. Dann denkst du, das wird wahrscheinlich der Ashen irgendwo sein. Was ist denn da los? Wie sind die Menschen? Kommt, kommt alle meine Damen und Herren, kommt her und seht euch an, was ich hier habe. Studenten, Mütter, Professoren, lest einfach dieses Buch und auch ihr könnt schon nicht sein. Je mehr ihr lest, desto schlauer werdet ihr. Wirklich klingt für mich nach Betrug. Was bleibt, was du da machst? Mach es nicht schlecht, bevor du es gelesen hast, Kumpel. Also, wirst du es kaufen? Ist das dein Ernst? Ich werde mal Geld nicht für ein Buch verspenden, über das ich nichts weiß. Hey Junge, kauf du wenigstens das Buch, bevor du sowas sagst. Was wirst du tun? Kein Interesse. Kauf es nicht, Kumpel. Ich hole es zu mir, wenn du morgen zurückkommst und es ist weg. Ich werde es versuchen. Oder wäre es gut gewesen, das zu holen? Oh, Rainer. Wollt ihr auch ein Buch suchen, Claude? Ja, du auch Rainer? Ja, da ist ein Buch, das ich finde. Okay, wir bleiben jetzt da stehen, oder? Ah, okay, es geht weiter. Was liest du, Rainer? Ah! Nimm mich nicht so auf mich. Entschuldigung, entschuldigung. Ich wusste nur, was du liest. Du meinst das? Ja, welches Buch ist es? Ja, Universitätsstudie. Ein Wie-To-Guide? Ja, ich bin interessiert in ein paar Jahre zu gehen. Hm. Ich wusste nicht, dass du gerne nach Schule gegangen bist, Rainer. Ich bin noch nicht in diesem Punkt. Ich bin nur interessiert, was es ist. Besonders, ich kann nicht genau die Kommute von Arlie an Alinga jeden Tag. Ja, ich glaube, du bist. Ich weiß. Wie kann ich dir helfen mit deinen Studienern? Huh? Wenn du dich interessiert über die Schule, dann bedeutet das, dass du weiterhin studieren willst, richtig? Aber du musst wirklich nicht eine Universität für das, Rainer. Du kannst studieren, was du willst. Wie lange hast du einen Lehrer, um dich zu helfen. Ich glaube, dass du mir nicht glaubst. Ich hatte eine sehr gute Ausbildung in der Schule, du kennst. Oh nein, das ist nicht schlecht. Ich war einfach so glücklich, dass du dir gefordert hast. Na gut, dann gehst du weg, Professor Kenny. Professor? Okay, dann. Wo soll ich anfangen? Und das ist wie es funktioniert. Entstehst du es? Das ist wirklich interessant. Das ist genug für heute, glaube ich. Danke, Claude. Nächste Vorlesung, Professor Kenny. Ja, aber trotzdem danke. Ich weiß immer noch nicht, wo die Dinger eigentlich sind, Mann. Datenbank, war das hier? Spieleinfo. 8 Stunden. Fischviebel. 8 Stunden. Fischviebel. Gruppeninfo. Achso, so kann ich sie umstellen, wenn ich will. Äh, hier. Geh mal raus, da. Boah. Aber ist sie eine Magierin? Ich glaube, sie ist eine Magierin, ne? Geh mal raus, da. Ne, ne? Ne, ne. Das ist so, wie. Ne, ne. Ne, ne. Wo sehe ich denn ihre Zuneigung? Habe ich das nicht mal irgendwo gesehen? Gruppeninfos, das war ja hier. Anführer, umschalten, Angriffsformation, Hilfe. Egal. So, jetzt können wir die Story und nicht weitermachen. Alle wieder zusammen. Außer. Okay, okay, passt. Wir sind fertig. Ei, ei, ei. Aber warte mal, wir können mal kurz was schauen. Angriff 72. 449. Uh, also sie ist auch eher eine Magere, ne? 90. 98, 82. Das ist doch auch ein Charakter, den wir nehmen können. Nein, das ist nicht das Problem, dass wir hier... für. Um, du kennst dich den Linguist, der neben der Kampus-Store wohnt? Oh, du meinst Keith? Es ist sehr wichtig, dass wir diesen Mann sprechen. Du kennst dich, wie wir ihn mit ihm treffen können, ohne eine Behandlung? Well, er hat sich mit Behandlung gezwungen, um die alten Bücher und Schrauben zu erzählen, so viel ich weiß. Unless es etwas wirklich, wirklich wichtig ist, ich glaube, dass es eine Chance gibt, um die Linie zu gehen. Wir brauchen ihn zu schreiben, einen alten Text, die wir gefunden haben, in Cross Cave. Wird das funktionieren? Von Cross Cave? Well, das ist eine ganz andere Geschichte, dann. Wir können nicht ein Monat für das warten. Wenn du kennst dich, Keith, wenn du, kannst du etwas machen? Du sagst, dass du diesen Scroll gefunden hast, in Cross Cave? Du wißt, das ist schwer zu glauben, based auf was ich über die Cave, richtig? Wir haben die Behandlung hier, wenn das was du fragst. Behandlung, Schmevidence. Du könntest das so machen, einfach zu machen. Nicht, dass ich sage, dass du liefst, mindst du. Just sagst uns, wie wir können dich überzeugen. Wenn du stark genug bist, über die Cross Cave, dann gehen durch Lin'Ga's Sacred Grounds sollte nicht ein Problem sein für dich. Lin'Ga's Sacred Grounds? Ja, ein Ort, ein Ort, von Pharmacisten für die Bounty der Medizinischen Pläne. Es ist gerade neben der Stadt, you know. Es ist noch nicht vollständig, aber es gibt noch alle Fälle, noch nicht zu verabschieden. Insofern gibt es noch alle Fälle, noch nicht zu verabschieden. So, du willst uns in da gehen? Oh, das ist kein Führergebnis. Es ist ein Heiliger Ort, aber in der Mitte gibt es ein Ort, die Tür zu einem anderen Welt. Es ist ein gefährliches Ort, und es lecker mit monstern. Wenn du bereit bist, kannst du mit deinem Leben bezahlen. Aber du wirst unsere Geschichte wenn wir ein paar Herben für dich gehen? Hm, vielleicht. Vielleicht. Wenn die Cross Cave dich nicht töten, dann findest du mir eine unbeschaffte Herbe wahrscheinlich mich überzeugen. Eine unbeschaffte Herbe? Sind du wirklich? Oh, das sollte dich nicht machen, dass du einen Schweig, Herr Iwinter-Cross Cave. Komm schon, aus du gehst dann. Alter, das sollte man speichern. Warte mal, wenn wir jetzt da drauf gehen, sind da alle drauf? Ja. Alter, warte, wir haben noch echt viel Platz nach links. Wie viele kommen da noch? Heilingstätte von Linken. Schauen wir, was die Welt stimmt macht. Alter, die ist echt ne Nahkämpferin. Warte mal, ich kann die anderen einwechseln? Ja, ich kann den Schweren werden. Ja, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ja, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ja, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Das ist einer für uns. Das ist ziemlich weib. was Bowman zu sprechen. Puck! Oh ja! ? Wieso ist doch mal� Ding jetzt gestorben? Oh, wir sollten nahe sich mal etwas für uns... Der Fall! Ich glaube, da ist ein bisschen Leveln vonnöten. Na, der Heilung muss ich mal aufrüsten, verbessern, Kampffertigkeiten. Na, der Heilung. Wo ist denn die Ring eigentlich hin? Ah, da unten. Eieieiei. Ich bin mal gespannt, das sind drei nacheinander. Ich bin gespannt, ob wir das überleben. Oh nein. Oh, scheiße. Aber haben wir nicht sogar eigentlich eine Waffe für sie? Aber das sollte einiges an Pfadungspunken geben. 13.000, sei doch. Oh, großartig. Jetzt können wir endlich eine Chance zu sprechen, mit Keith zu sprechen. Sind Sie sicher über das? Ich bin ziemlich sicher, dass ich das in Salva und auch in Arlia gesehen habe. Ja, also ich glaube, wir müssen da eher so viel mitnehmen, wie es geht. Ja, ich dachte, ich bin gleich aufgestiegen. Ja, nicht so stark, nicht so schwach. Nein. Oh, scheiße. Nein. Oh, scheiße. Ja. 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 네. Ja. 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 Boah, warte mal, da komme nur noch einer. Ja. 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 Oh! Sagen wir mal, wie kann ich ein Gegenstand? Ja, ja, ja. Boah, nein, warte, da liegt nur noch einer. Oh, ich bin... Ich bin weiterhin paralysiert, ne? Ja, 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 ja. Alle Gefallenen? Danke! Hm, vielleicht 5 aus 10, oder? Oh, du! Das ist nicht unerwartet! Ich werde nur beginnen! Das ist so süß! Bist du sicher über... Ich glaube, wir gehen aber mal... ...druck nach linker. Ich meine, wir zeigen es den Bowman nicht, aber... ...wir gehen mal pennen. Wir sind echt so schwach gerade, ne? Ich meine, die Dinger sind ja sowieso die Precise... ...Precise... ...weil die auf 15 zu uns stößt, aber... Holy Shit! Ah, warte mal, Ausrüstung? Da! Plus 100! Ach, das ist mir doch nicht, dass das da... Warte mal... Die haben mir aber auch keinen, der wo Waffen verkauft, ne? Ja, das war ja dann auch bloß dir... Oh, warte mal, die hat aber auch noch eine Waffe, ne? Ne, ist schlechter. Wir haben halt auch schon noch 54.000, Alter! Wobei, da könnte man wieder Belohnungssachen und so Zeug einkaufen... ...nachdem wir es jetzt endlich mal haben. So, jetzt haben wir auf dem Zeug 20 Stück. Hä, mehr kann ich gar nicht mitnehmen, aber was? Ja, dann machen wir das gleich voll. Heilvergiftung! Oh, Brombeeren heilen MP! Nachschlag hier weg, LP plus 10. Okay! Ja gut, aber dann machen wir an der Stelle dann mal Schluss. War jetzt bei der Aufnahme eigentlich wieder viel mehr Zeug als Story. Aber hey, unsere Gruppe ist jetzt ein ganzes Stück größer mit zwei neuen Charakteren. Und zwei... ...verrückten Charakteren. Also das sind ja unsere, was wir bisher haben, relativ normal jetzt gewesen, ne? Jedenfalls danke fürs Zuschauen, war's gut und bis zum nächsten Mal. Servus! Servus!